Hallo liebe Cap Insider, hallo liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, liebe Kundinnen und Kunden von Donner & Reuschel. Ja heute ist wieder Zeit für ein Utschneiders Weekly und zwar mit einem auf den ersten Blick paradox anmutenden Thema, nämlich mit fallendem Gaspreis. Wir werden uns den Chart anschauen. Mein Name ist Martin Utschneider. Ich habe heute wieder die Freude, wie gesagt Utschneiders Weekly für meinen Arbeitgeber Donner & Reuschel im Namen von Cap Insider durchführen zu dürfen. Viel Spaß damit, gehen wir gleich in medias res, schauen wir uns die ganze Sache mal an. Ja hier sieht man schon das paradoxe Gas weiterhin abwärts. Das ist gemäß der Medienlage, gemäß der Medienmeldungen, der Nachrichtenmeldungen, die wir nicht erst seit gestern bekommen, auf den ersten Blick ja wieder sprüchlich und auch wieder sinnig. Aber schauen wir es uns an. Wir werden gleich sehen, was es damit auf sich hat. Zuallererst, Sie kennen das, das was ich hier mit Ihnen jetzt machen darf, mit Ihnen hier durchführe, ist keine Anlageberatung, kein Finanzkonzept, keine Finanzplanung und schon keine individuelle Beratung. Gehen Sie dafür wirklich vertrauensvoll zu meinen Kolleginnen, zu meinen Kollegen von Donner & Reuschel. Wenden Sie sich an unser Asset Management. Hier werden Sie gut betreut. Das, was ich mit Ihnen jetzt im Moment mache, die nächsten Minuten, ist ein Blick aufs Gas, aber alles andere als eine individuelle Beratung. Ja, schauen wir uns den Charter mal an. Ja, natürlich Gas ist in letzter Zeit exorbitant gestiegen. Wenn wir auf den Kurs vom Januar schauen, da waren wir ungefähr bei 3,50. Das ist Natural Gas, der Natural Gas Chart. Und der zeigt eben auch ganz klar, wo die Entwicklung die letzten neun Monate hinging seit Januar, nämlich in der Spitze bis auf knapp 10. Und jetzt tendieren wir im Bereich 8,20. Und ja, im Moment ist es einfach so, auch wenn die Nachrichtenmeldung eine andere ist. Es ist ähnlich wie beim Öl, sowohl WTI als auch Brand. Da hatten wir ja, glaube ich, vor zwei Wochen ein Utschneiders Weekly darüber. Wir spüren alle am Geldbeutel, an der Zapfstelle, bei der Tankstelle, am Zapfhahn. Wir spüren es zu Hause demnächst bei den Nebenkostenabrechnungen. Öl und Gas wird scheinbar immer teurer, aber die Charts sprechen eine komplett andere Sprache und in dem Fall auch Natural Gas als, sage ich mal, Blaupause für den Gaspreis. Und da befinden wir uns im Moment in einem intakten, kurz angetesteten, aber dann doch wieder bestätigten Abwärtstrend. Die Chart-Technik zeigt ganz deutlich nach unten. Die Markttechnik ebenfalls mit übergeordneten Abwärtstendenzen, Abwärtssignalen. Wir müssen uns also beim Gas im Moment chart- und marktechnisch eher nach unten orientieren. Zur Aufnahme oder zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos war der Natural Gas Kurs, Natural Gaspreis bei 8,21. Genau tendierend an einer wichtigen Support-Line. Ich kann mir vorstellen, wenn Sie dieses Video sehen, wenn es produziert wurde, ein paar Stunden später sind wir da vielleicht schon drunter. Der nächste Support bei 8,21, wie gesagt, und der übernächste bei 7,90. Das ist unser View. Das sind unsere Fokusse, auf die wir uns momentan richten müssen. Nach oben ist bei 9,08 und 9,21 die nächste Resistance-Line, die nächsten Widerstandslinien, wie gesagt, der Abwärtstrend ist intakt, bleibt intakt. Die Indikatoren sind dementsprechend auch negativ. Und wir müssen uns beim Gas, auch wenn es paradox klingt, auf weiter fallende Notierungen einstellen. Ja, paradox klingt so einiges, so vieles, aber wie gesagt, am Ende hat immer der Chart recht. Der Chart lügt uns nicht an. Er ist knallhart, gnadenlos, ehrlich. Und von dem her in dem Fall ja weiter. Auf fallende Gaspreise einstellen an der Börse, an den Nebenkostenabrechnungen wird es wohl anders ausschauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören. Ich freue mich auf das nächste Utschneiders Weekly. Bis dahin für Sie alle alles Gute. Bleiben Sie seelisch, körperlich und geistig gesund. In Hamburg sagt man Tschüss und hier unten in Bayern sagt man Servus. Bis dahin alles Gute, Ihr Martin Utschneider.